Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Referentinnen und Referenten, im Namen der Deutschen Forschungsgemeinschaft grüße ich Sie sehr herzlich zur 32. Covi-Bundestagung und ebenso zum Gründungsjubiläum der Covi vor nunmehr drei Jahrzehnten. In all diesen Jahren ist das Format der Bundestagung sicherlich zur profiliertesten Veranstaltung mit dem Schwerpunkt EU-Forschungsförderung avanciert. Es ist mir daher eine große Freude, Ihnen allen auf diesem Wege ein gutes Gelingen für den weiteren Verlauf zu wünschen. Mein ja virtueller Gruß erreicht Sie inmitten der laufenden Veranstaltung. Begonnen hat sie gestern, morgen endet sie. Die zeitliche Symbolik meines Intermezzos scheint so unangebracht aber nicht, denn schnell laufen Jubiläumsveranstaltungen Gefahr, sich in Rückblicken zu erschöpfen und Vorausschauendes nicht zu wagen. Doch gerade im Fall der Covi besteht zwischen beidem überhaupt kein Widerspruch. Gründung und Geschichte der Covi sowie ihre gegenwärtige und eben auch zukünftige Bedeutung verweisen eng aufeinander. Wie die meisten von Ihnen wissen, ist die Covi am 18. Juni 1990 als Trägerverein der Deutschen Wissenschaftsorganisationen gegründet worden. Ihre vornehmliche Aufgabe besteht seitdem darin, die deutschen Hochschulen bei der Einwerbung von EU-Fördermitteln zu beraten. Diese Beratung ist aus zwei Gründen unerlässlich. Zum einen aufgrund des immensen Bedeutungszuwachses der Forschungsförderung auf EU-Ebene, zum anderen aber aufgrund der Differenz der nationalen und der EU-Förderinstrumente. Bei der Überbrückung dieser Differenz zu unterstützen, ist die Aufgabe der Covi. Diese Leistung für die deutsche Hochschullandschaft erfüllt sie seit vielen Jahren mit ja wirklich beeindruckender Zuverlässigkeit. Insbesondere ihre unterstützenden Maßnahmen zur Einwerbung von ERC-Grants haben sich als ausnehmender Erfolg erwiesen. Denn diese sind nicht nur mit dem sehr guten Abschneiden deutscher Forscherinnen und Forscher in diesem Fördersegment verbunden, sondern entlasten durch ihre Beratung zu ERC-Grants und weiteren Förderlinien effektiv die Antragstellenden. Mit ihren Niederlassungen in Brüssel und Bonn sowie all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leistet die Covi einen enormen Beitrag zur hervorragenden Aufstellung der deutschen Forschungseinrichtungen im europäischen Förderkontext. Ihre Qualitäten konnte die sogenannte Hilfseinrichtung für die deutsche Wissenschaft, so ihre ursprüngliche Bezeichnung, dabei über viele Jahre hinweg kontinuierlich ausbauen. Was etwa die bundesweite Professionalisierung des wissenschaftsadministrativen Personals betrifft, kommt ihr eine Vorreiterrolle zu. Ihre bestens informierten Servicekräfte vermögen innerhalb der vielgliedrigen EU-Förderinstrumente Überblickswissen schnell mitzuteilen und auch im Detail kompetent zu beraten. Die Covi schafft dadurch Entlastung innerhalb der Wissenschaftsverwaltung. Entlastung, die den EU-Forschungsreferentinnen und Referenten an den Hochschulen Zeit verschaffen für anderes. Für mehr Beratung ihrer Antragstellerinnen und Antragsteller, für die Planung weiterer Vorhaben oder für die Anbahnung aufwendiger multilateraler Konsortien. So trägt die Covi auch zur Vereinfachung der stets ressourcenintensiven Ausgestaltung europäischer Verbundprojekte bei. Wie auch ihre europäischen Pendants erhöht sie die Wirksamkeit des EU-Forschungsförderraums. Ebenso wie ähnlich strukturierte nationale Beratungsagenturen in anderen EU-Ländern trägt sie zum Wettbewerb in zweifacher Hinsicht bei. Zunächst jener der nationalen Forschung innerhalb der EU, so dann indirekt jener des EU-Raums im globalen Kontext. Durch Veranstaltungen wie ihre Bundestagung unterstützt die Covi zudem maßgeblich die weitergehende Vernetzung der EU-Forschungsreferentinnen und Referenten. Die Programmatik dieser und vorheriger Bundestagungen unterstreicht den, man kann wirklich sagen, weitblickenden Beratungsansatz der Covi. Sie berät nicht nur über laufende Ausschreibungen, sondern versucht frühzeitig über Entwicklungen in der EU-Förderarchitektur zu informieren. Sie erörtert sich daraus ergebende Konsequenzen für Projektplanung und Durchführung und wird so zum Impulsgeber auch für die strategische Ausrichtung der hochschuleigenen Drittmittelplanung. Auf aus meiner Sicht äußerst umsichtige Weise baut sie damit Brücken zwischen EU-Administration und Forschenden an deutschen Hochschulen. Ihre beratende und synergetische Funktion wird damit umso wichtiger, je stärker das EU-Fördermittelrepertoire wächst. Die zunehmende und gleichzeitig ja sicher auch immer verändernde Instrumentenvielfalt der EU-Forschungsrahmenprogramme belegt dies wirklich eindrücklich. Nichts anderes geschieht auch in diesen Tagen in Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie. Weltweit haben Forschungsförderer ihre Programme im Hinblick auf die Pandemie angepasst, ergänzt oder erweitert. Auch die DFG, das darf ich an dieser Stelle sagen, hat eine eigene Pandemie-Ausschreibung auf den Weg gebracht. Und ja, während die DFG-Ausschreibung zwar eine förderstrategische Maßnahme darstellt, so erfolgt die Antragstellung jedoch in der DFG-üblichen thematischen und institutionellen Breite mit extrem viel Freiraum für die Dynamik wissenschaftlicher Ideen. Ihrerseits hat auch die EU-Kommission schnell reagiert und einen dezidierten Corona-Aktionsplan namens ERA vs. Corona verabschiedet. Dieser greift seinerseits auf bewährte EU-Fördermaßnahmen zurück. Über derartige Unterschiede im Vorfeld der Antragstellung gut unterrichtet zu sein, ist Voraussetzung dafür effizient, mit den eigenen Ressourcen umgehen zu können und letztlich Forschungsprozesse in der bestmöglichen Weise zu organisieren. Unterstreichen sollte man in diesem Zusammenhang durchaus, dass dieser bürokratische Mehraufwand, den verschieden organisierte Forschungsförderung administrativ zweifelsohne bedeutet, durchaus produktiv ist. Unterschiedlich strukturierte Fördermaßnahmen begünstigen je auch verschiedene Forschungstypen und ermöglichen schließlich differenzierte Erkenntnislagen. Und eben die brauchen wir in Forschung, in Politik und in Gesellschaft, um in Zukunft besser auf globale Herausforderungen, seien sie nun pandemischer oder anderer Art, eingestellt zu sein. In Anbetracht von Klimawandel, Artensterben und Migrationsströmen werden auch die Instrumentarien der Forschungsförderung vielgestaltig bleiben. Komplexe Forschungsförderung auf der Höhe der Zeit und neue, beständig vielfältigere EU-Förderansätze bedürfen mehr denn je umsichtiger Begleitung und vor allem auch angemessener Beratung. Das Aufgabenfeld der Covi wird so selbst anspruchsvoller, der Erfolg ihrer Tätigkeit noch dringlicher und ihre Bedeutung in dem Maße noch wachsen, wie Politik und Gesellschaft auf adäquate Expertisen angewiesen sind. Zu ihren bisherigen Leistungen möchte ich der Covi im Namen der Wissenschaften und ihrer Verwaltung daher von Herzen gratulieren und danken und zum Meistern ihrer so wichtigen Aufgabe Kraft, Ausdauer und vor allen Dingen Leidenschaft wünschen. Mögen wir alle zu ihrem weiteren Erfolg das uns Mögliche beitragen. Vielen Dank.